Ich mag Frühstück. Wir machen das Abendessen. Wir machen das Abendessen. Wir machen das Abendessen. Wir machen das Abendessen. Sie machen das Mittagessen. Er mag einen Nachttisch. Sie mag einen Salat. Er mag kein belegtes Brot. Sie mag keine Suppe. Er isst eine Suppe. Sie essen Suppe. Die Fenster steht hier. Der Tisch steht dort. Der Salat ist hier. Der Nachttisch steht dort. Der Kaffee steht dort. Der Kaffee steht dort. Der Kaffee steht dort. Der Kaffee steht dort. Das ist das Bruch des Arztes. Das ist das Auto des Polizisten. Das ist das Schreibtisch der Schüler. Ich habe dieses Mütterbrot. Sie haben das Mütterbrot. Sie haben das Auto mitgekommen. Sie sind mit dem Auto mitgekommen. Sie sind mit dem Auto mitgekommen. Ich habe das Auto mitgekommen. Sie ist mit dem Auto mitgekommen. Sie ist mit dem Auto mitgekommen. Sie sind mit dem Auto mitgekommen. Ich habe einen Nacktisch mitgebracht, ich habe einen Nacktisch mitgebracht. Ich möchte dieses Kleid. Ich möchte Jeans Hemd. Ich möchte diese Jeans. Ich möchte Jeans Schuhe. Diese Schuhe gehören mir. Jene Schuhe gehören meiner Frau. Dieses Fahrrad gehört mir. Jene Schuhe gehört meiner Schwester. Das Auto ist nah. Die Ball ist hier. Diese Ball ist rot. Jene Ball ist gebt. Jene Schuhe. Jene Schuhe.